Für mich bitte eine Groni. Ich hätte gern einen Pilz. Für mich bitte ein alkoholfreies Bier. Ist alles okay bei dir? Bist du schwanger? Du kannst uns alle sagen, wir sind immer für dich da. Nee, ich trinke einfach generell keinen Alkohol. Psch! Achtung, Achtung! Hier trinkt jemand keinen Alkohol. Also ich finde, sie sollten sich etwas mehr in die deutsche Kultur integrieren. Was mit der? Ja, wie soll ich dich denn später abschleppen, wenn du nüchtern bleibst? Ja, Neger. Der arme Junge hat ja gar keine Chance. Huck ihn dir doch mal an! Wirklich, ich hör immer nur ich, ich, ich von dir. Du musst auch mal ein bisschen an die anderen denken. Sei nicht so ne Spaßbremse. Aber vielleicht so ein bisschen Weed? So ein kleiner Joint vielleicht? Marihuana? Bist du verrückt? Das ist total gefährlich. Süße, das nimmst du auf keinen Fall. Das ist schlimmer als Crack. Fang bloß nicht mit dem Käfer an. Das ist ultraschlecht für die Gesundheit. Sauf! 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 Sauf!